Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Neue Season startet ja am Donnerstag und wie es schon glaube ich vor einer oder zwei Wochen angekündigt hatte, verwandelt sich ja oder soll sich dieser Oak Island so langsam zu Gold verwandeln beziehungsweise die Möbel hier in den Häusern sollen nicht zu Gold verwandeln. Und dieses Event hat nun begonnen, denn zum Beispiel dieser Fernseher, dieses Sofa und auch hier drin die Kloschüssel haben sich verwandelt. Und somit wird das Live-Event eingeleitet. Ich hatte auch heute noch gewartet, ob vielleicht noch irgendwann ein Teaser kommt. Kam bisher nicht, vielleicht kommt noch einer um 17 Uhr. Notfalls werde ich das morgen im Video zusammenfassen. Ja, wenn euch solche Videos gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Und ihr könnt natürlich auch gerne dieses Video bewerten, kommentieren und teilen. Und natürlich könnt ihr auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Und heute werde ich euch nochmal auch über weitere Informationen beziehungsweise kleine Teaser informieren, die jetzt aufgetaucht sind. Und zwar nicht auf Social Medias, also nicht wie normalerweise auf Twitter immer oder im Game, sondern im Real Life. Dazu werde ich euch jetzt mal ein Video zeigen. Und zwar sieht das Ganze so aus, es ist von Flexpower und das ist, glaube ich, in einer U-Bahn-Station auf einer Werbetafel. Und hier ist dann eben halt dieser Clip drauf gewesen. Wir sehen hier einmal den Fortnite-Schriftzug, kann man nicht ganz so gut erkennen. Ich hoffe, es geht aber einigermaßen. Und dann sehen wir hier eine goldene Hand. Wir hatten ja auch schon den Oroskin hier, der ja auch alles so, wo alles Gold ist. Und jetzt haben wir ja auch die goldenen Möbel auf der Aug-Island. Und das Ganze hat natürlich etwas zusammen zu tun. Und hier unten sehen wir auch eine Telefonnummer 21 3500. Und das kann man etwas schwierig erkennen. Da hat der Flexpower auch einmal angerufen. Und dann kam da eben halt auch etwas raus. Ich werde jetzt nochmal den Clip weiter abspielen. Wie wir sehen, unten wurde erstmal dieser Text zensiert. Das Ganze war ja auch schon in dem Blogpost von Epic Games zum 11.5 Update bzw. zur Chaos Engine. Da waren ja auch solche goldenen bzw. gelben zensierten Stücke des Textes. Und das Ganze hat natürlich auch irgendetwas damit zu tun. Und es lässt sich zwar jetzt wahrscheinlich nicht dadurch erschließen, was dahinter stehen könnte. Aber es deutet eben halt auf dieses Goldthema drauf hin. Genauso eben halt auch schon wie das Video. Wir sehen, das geht dann zum Ende einfach so ein bisschen, ja verschwimmt so ein bisschen. Und jetzt ruft er eben halt bei dieser Telefonnummer an. Das Ganze ist auf Spanisch. Deshalb leider etwas schwierig rauszuhören. Das wurde natürlich aber auch schon von einigen Leuten übersetzt. Und am Anfang soll das hier Yes Sir heißen. Kann ja glaube ich auch ganz gut übersetzen. Dann steht hier, die Agenten wurden gerufen. Und dann steht hier, die Karte zum Access zu irgendeinem Safe, also irgendeinem Tresor wurde gekauft. Am Ende kommt dann hier nochmal die Szene, die so ein bisschen wie die Agent-Meows-Szene aus dem einen Video heißt. Da gab es ja auch dieses Bild zu, wenn man das in einem Spektogramm gepackt hatte. Das hat auch irgendetwas miteinander zu tun. Und das dann auf jeden Fall das mit dem Clip. Zusätzlich sind neben dem auch beispielsweise noch Plakate einfach von Fortnite aufgetaucht. Oder glaube ich irgendwo in Tokio oder so. Auch auf einer großen Leinwand nochmal einfach Fortnite drauf. Das heißt, sie machen da jetzt wirklich überall im Real-Life-Pomo für die nächste Season. Und deuten eben halt wirklich in fast jeder Sache auf irgendein Gold-Thema hin. Es gibt auch diese Schriftzüge dann eben halt immer noch mit der goldenen Hand drauf. Und eine meiner Theorien wäre jetzt beispielsweise, was das Ganze zum Teasern für die nächste Season zu tun hat. Dass zum einen Oak Island zu Gold wird. Und dann hier eben halt nicht nur die ganzen Möbel, sondern tatsächlich die ganze Insel einfach vergoldet wird. Und dann vielleicht sogar hier auf dieser Insel nur goldene Items sind. Wäre natürlich ein sehr, sehr interessantes Feature. Ich weiß nicht, ob es zu overpowered wäre. Und eine zweite Theorie ist noch, dass vielleicht neben Holz, Stein und Metall noch eine weitere Materialienart eingeführt wird und zwar Gold. Das dann eben halt noch haltbarer ist als das normale Metall. Dafür wahrscheinlich noch schwieriger abzubauen ist. Aber das sind alles tatsächlich nur Spekulationen. Das Einzige, was wir eben halt wissen, ist, dass es irgendetwas mit einem Gold-Thema zu tun haben muss. Und neben dem Gold-Thema muss es auch irgendetwas mit Agenten zu tun haben, beziehungsweise mit irgendeinem Tresor. Das wurde ja auch unter dieser Telefonnummer gesagt. Wir haben ja auch zum Beispiel hier diesen großen Tresor südlich von Retail Row, beziehungsweise die große Bunkertür, die bisher immer verschlossen war. Und wir haben natürlich noch ein paar weitere Bunker auf der Karte. Ich glaube auch im Teaser, beziehungsweise in dem offiziellen Video zum Chapter 2, wurde auch etwas vom Besucher gesagt. Was irgendwie hieß so von wegen, die neuen Agenten werden euch helfen oder so. Also weiß ich nicht mehr ganz genau, aber das hat eben halt alles etwas mit Agenten zu tun. Wir haben ja auch überall diese IGO-Außenposten. Zum Beispiel hier sind ja überall auf der Karte verteilt. Da haben wir ja auch noch die IGO-Kaserne. Und hier eben halt diese riesige Bunkertür. Und es kann natürlich sein, dass das Ganze jetzt geöffnet wird. Und dann vielleicht hier raus irgendetwas für die nächste Season kommt. Aber alles immer noch extreme Spekulationen. Ich bin auch mal gespannt, ob wir vielleicht Teaser, oder ich hoffe auf jeden Fall, dass wir Teaser bekommen werden. Wissen kann man es natürlich nicht. Der Termin für 16 Uhr sonntags ist jetzt abgelaufen. Aber vielleicht kommt dann auch ein Teaser um 17 Uhr oder morgen. Weil heute müssten dann auch insgesamt vier Teaser kommen. Und es kamen eigentlich immer drei oder vier Teaser. Oder vielleicht ist das ja auch der einzige Teaser, den wir haben, dass es irgendwo im Real Life gezeigt wird. Ich bin auf jeden Fall extrem gespannt auf die neue Season. Wenn ihr irgendwelche Video-Vorschläge habt, was ihr noch auf diesem Kanal sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Bis dahin, ciao.